Ja, solche Spieltabellen-Situation wollen wir gerne die drei Punkte hier lassen. Ich meine, in Bremen, ja, leider müssen wir wieder unsere Fans, ja, mit ein bisschen Enttäuschung vom Stadion lassen zu gehen. Aber nochmal, wie das unsere jüngliche Woche abgelaufen ist, mit einer riesen Klatsche, dann ein riesiger Erfolg im DFB-Pokal, dann und heute gekämpft zum Ende. Ja, wo jeder hat über seine Grenze gegangen und solche Motoren, dann können wir auch nicht nur böse und unzufrieden. Wir sind trotz, wenn wir heute drei Punkte geholt hätten, ja, dann auch nicht das bedeutet, dass alles schon erledigt und so, ja. Jeder sieht das, so eng ist das, dass es bis zum Ende geht, Schlag auf Schlag, und da müssen wir von dieser Sache auch bereit sein. Wir wollen gerne die drei Punkte hier lassen, aber nochmal, so eine starke Gegner, wir haben auch heute programmiert, die sind frisch gewesen, ja, die sind sehr gut im Spiel reingekommen. Aber zum Schluss, wir haben schon echt gezeigt, dass wir echt, können wir auch über die Grenze gehen und mit den Chancen leider nicht so effektiv heute gewesen. Ich glaube, das verdiente Punkt für beide Mannschaften war ein guter Abschiedskampfspiel. Und ja, ich wünsche viel Erfolg weiter für Hoffenheim und genauso, wir vorbereiten uns zur nächsten Ausgabe, was kommt jetzt am Wochenende, am letzten Wochenende. Dankeschön. Okay, heute, Santi freut mich, dass du mir heute die Fragen stellst. Viel besser als er. Und das werden wir jetzt live sehen. Jetzt zählt's. Jetzt zählt's.